Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es gibt endlich wieder Neuigkeiten zum Thema Cross-Progression. Quasi dein Playstation 4 oder Xbox Account auf PC wechseln, zwei Accounts verschmelzen und so weiter und so fort. Es steht noch nicht 100% wann es kommt, aber es soll fertig sein. Das Cross-Progression-System ist komplett, hat ein Respawn-Mitarbeiter durchblicken lassen. Sie warten nur noch, bis sie es rausballern. Es könnte theoretisch, ganz wichtig, theoretisch Mitte Season 13 kommen. Davon sollten wir aber alle Abstand nehmen. Ich gehe eher von Season 14 aus. Es war ja in den letzten bestimmt halben Jahr fast gefühlt unter jedem Video von mir die Frage, hast du Neuigkeiten, gibt es Informationen und so weiter. Bis dato gab es nichts. Jetzt vor zwei, drei Tagen kam die Information von einem Mitarbeiter, wie gesagt, dass das System endlich fertig sei. Warum hat es so lange gedauert? Es hat extreme Probleme gegeben, um Accounts zu verschmelzen. Lieber dauert es ein bisschen länger, als dass es nachher implementiert wird und wir bekommen einen Fehler nach dem anderen. Und es soll nachher so funktionieren, dass zwei Accounts verschmolzen werden und quasi einer der beiden Accounts, die wir verschmelzen, wenn wir sozusagen einen PC-Account und einen Playstation-Account haben, wird er verschmolzen. Wahrscheinlich werden dann alle Badges und Skins zusammengefügt und du hast dann nur noch einen einzigen Main-Account. Du kannst dann wahrscheinlich nicht zwischen den Accounts hin und her wechseln. Wie das nachher aussieht, wenn wir dann diesen Main-Account haben und wir zocken zum Beispiel auf PC und dann merkst du zum Beispiel, oh, PC ist doch nicht so geil, ich will wieder auf Playstation wechseln. Dann wirst du sicherlich auf Playstation wieder wechseln können oder auf Xbox oder auf Gameboy, Gamecube, keine Ahnung. Aber es ist dann nur noch ein Account und du wirst wahrscheinlich beide Accounts nicht wieder auseinander kriegen, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Ja, das ist soweit alles, was wir bis jetzt dazu wissen. Mehr gibt es aktuell nicht. Sollte es in den nächsten Tagen, nächsten Wochen, Monaten, keine Ahnung, und wieder Informationen dazu geben, wann es denn final wirklich rauskommt, halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Haut mal in die Kommentare. Habt ihr Bock auf das Cross-Progression-System? Wenn ja, von welcher, auf welche Plattform wollt ihr wechseln? Habt ihr mehrere Accounts? Es gehen übrigens nur zwei Accounts zu verschmelzen. Das sollte klar sein. Du kannst ja nicht drei, vier, fünf Smurfs zusammenbasteln. Das geht definitiv nicht. Ob man vielleicht zwei Smurfs hier, zwei Smurfs da zusammen verschmelzen kann, dass du nur noch statt vier zwei Accounts hast und die dann noch mal miteinander verschmelzen kannst und so weiter. Da ist ja Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Ob das später funktioniert, kann ich natürlich auch nicht sagen. Muss man dann warten, bis das Final rauskommt. Lassen wir uns mal überraschen. Ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.